hallo und herzlich willkommen und sie verraten sich schon wieder durch gelächter ja wir sind heute bei dem ganz 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 grandiosen neuen start eines neuen projekt ist dabei an meiner seite begrüße ich schon mal den guten bs royal hallo dann ist dabei der gute hallo und wir starten das neue projekt voll verbaut richtig ja ich dachte jetzt kommt jubel stürme von euch das ist wahrscheinlich nach 20 folgen wieder vorbei von daher nichts ist 5000 folgen lang werden wir bauen uns hier ein baumhaus das hat die welt noch nicht gesehen ja was haben wir vor wir spielen einfach drauf los es gibt natürlich gäste bombi wird hoffentlich auch hier und da mal dabei sein sonst niemanden mehr doch noch ein tag das ist schön dann können wir nämlich den tag mal durchstratzen erzähl doch mal erzähl doch mal warum dieses projekt und was da ein bisschen der sinn der sache ist auch der sinn ist wir spielen infinity evolved von ftb der sinn ist ja wir haben überlegt brb weiterzuführen die damals die 71 folgen waren wir aber sind zu dem schluss gekommen letztendlich waren wir in der sackgasse angelangt die nur noch beleidigungen und andere niederträchtige sachen intus hatte deswegen konnte man nicht weitermachen okay doch nicht ein neues projekt ich dachte nicht vielleicht du erzählst eher dass wir hier das gesagt haben wir machen das damit man eben auch mal wechselhaft teilnehmer hat das ist wunderschön und wir haben halt diesen streitschlichter dabei diesen mene okay wir haben den choleriker und wir haben den den streitschlichter genau von daher basti ist der choleriker natürlich dass er das verwechselt apropos erstmal anfangen ja ich bin dafür dass wir dieses dorf erstmal hier wenn man auf der karte guckt in den norden ja kommen diesen dorf gehen wo alles weg looten wir schleifen erstmal komplett hier den die festung weg und am arsch oder okay dann gehen wir da erstmal hin wollen wir looten gehen können wir looten ja dann gehen wir mal looten aber richtig looten so wahrscheinlich lange habe ich kein minecraft mehr gespielt ich kann überhaupt nicht mehr die steuerung warte mal a w a s d mit alt mit also zwei mal w ist mit genau und da ist ein eingang da ist ein eingang mit alt alt 4 machst du gott mode hier ist kein eingang oh ich bin total aber mach mal kein hau mal kein loch wo rein was kann sein dass die ein bisschen pisst werden ja deswegen aber wo ist denn hier wieder eingang sieht man das nicht auf der mini-map doch ich glaube doch ich lauf da gerade hin war immer ich glaube zumindest dort hin zu laufen über springen über das wo du grad warst kann man ich bin drin ich bin drin ich bin drin ich bin auch drin weil ich hinterm zwiebepeter bin haben ja ich bin drauf hey was was ab bitches was soll lieber nicht na toll man kann mit dem handeln nein wenn du ja wenn du sie haust schon wenn du rechtsklick macht dann nicht ja ich habe nichts im handeln aber wir können die häuser rein und wir können ja wer bist du denn villager haben die kinder türen hier was los mit euch doch aber die schweben oder sind verbaut was machen wir denn jetzt hier na suchen wir müssen ja die in die hütten rein und nicht nicht hauen die leute die werden so wunderschöne muster in pink und schwarz anwenden herrlich ich sehe doch schon dass irgendjemand die haut er gleich oder ist alles kaputt ja die ganzen ja die haben auf jeden fall wo habe ich denn jetzt kohle ne ach ne das flinnt ich erne jetzt mal alles was die hier haben oh ja die guards dürft dann nicht anhauen die haben richtig übel naja hier ist sogar das smeltery leute oh geil ja gleich abbauen nimm mal mit ja aber ohne dings ist es ein bisschen blöd oder ist alles ein bisschen blöd was wir tun glaube ich ja das dauert vor lange bis wir die abgebaut haben ohne werkzeug ah hier ist ein bisschen brot oh ja hier ist äh das nehmen wir ollie smith gell die ganzen zauberen hier oh hier sind direkt kartoffeln das heißt wir haben schon mal unser nachhausproblem gelöst ich hab auch kartoffeln gefunden wollen wir die erde gleich mitnehmen noch ja wohl erde gibt es ja überall dann können wir die kartoffeln vielleicht schon braten ich hab auch lauter zeug hier auch gesammelt weil hier ist einer der hat auf seinem kopf eine kiste in der wiederum ein kleines kind sitzt wer war denn hier jetzt lynchen und hat nichts aufgesammelt ich hab ich hab alles voll bei mir lynchen was ist denn das was ist denn ein seed analyzer nimm dir mit der ist wichtig da kannst du dann nachher irgendwelche seeds halt miteinander kreuzen und dann ähm kannst du die effizienter machen ja aber das ist doch hier was ist denn das kann ich nicht das wird mir nicht angezeigt was denn das ist doch ein sprengler oder nicht ach da ist ein sprinkler ja nimm mit ist auch gut das braucht mal jahre um abzubauen nur ist nur stone slabs hier so ein toll großes haus und da nix ist da drin und so ein bisschen nerven die einen wohin gehen wir eigentlich gleich nach norden nach süden ach du warst ja bei dem sprinkler drin okay oder westen oh das sieht aus wie eine waffenkammer ja boah geil was haben wir denn hier wo bist du denn äh stone tie ok ne das sind rails oh rails sind wichtig wir bauen auf jeden Fall wieder hinzu ja ja ich alles mal mit hier ja Leute falls ihr das alte Format BRB gesehen habt wir wollen uns natürlich jetzt nicht unbedingt daran orientieren oh Gott ey wir werden auf jeden Fall dieses Mal Lava aus dem Nether pumpen so und hier so ein System Engine was ist Rolling Machine ja nimm mit ah wenn du es kannst ja die kannst du nicht abbauen wahrscheinlich da braucht man so eine Ranch ne ja oh hier guck mal ein Steam Engine gibt es hier es hängt da dran was haben wir denn hier noch hier haben wir noch Fences Werkzeug wär geil ist denn hier warum haben die denn hier Wasser so oben na weiß es nicht genau werden die eigentlich böse wenn wir die Sachen klauen nö ne ne nur wenn du so haust und vor allen Dingen wichtig ist dass du die Dinger nicht die Guards nicht anhaust ja what the fuck ey und mal weiter gehen können wir machen ja können wir machen wir fahren noch ein paar Schienen ab dann geht der Guard bis hier hin ey soll man den Guard hier vermöbeln ne lass mal hör mal auf mit dem der hat voll viel Hitpoints ja dann gehen wir jetzt offenbar gerade Richtung Westen die merken geht sich nicht mit das nervt natürlich dann willst du hier in den Pilzbiom bleiben oder willst du wohin wo es hübsch ist ja natürlich will ich wohin wo es hübsch ist ja ich kenn ja deinen Geschmack nicht aber irgendwann geht es ja immer weiter ja mei wo sie ist dies gehen wir jetzt einfach mal nach Westen im Westen wird die Welt genau der Mene ist noch ein bisschen abgeschlagen sehe ich auf der Mene ja ich komme dann warte doch mal auf ihn ja der kriegt schon raus der ist ja nicht von heute ja eben was da hinten Mene ist richter Pfadfinder wir können auch einfach sonst im Nether anfangen zu bauen oder leben im Nether auch noch guck mal ja auf jeden Fall macht nicht jeder vielleicht ist im Nether der Brilli Nether oh da ist noch ein Haus da geh ich mal hin wo denn? hier sind irgendwelche komischen Pilze die ich noch nie gesehen habe wo bist du denn? Alter! habt ihr das hier gesehen? nein ja ich sehe dich du kommst immer hoch und runter was machst du da? guck mal das ist ein riesen Loch soll ich da mal mit zum Ende? hause kaputt ja toll ohne Waffe ok so viel Luft habe ich nicht ich komme wieder da kommt er das geht wahrscheinlich bis nach unten oder so keine Ahnung ist das hier die Witch? tatsächlich Leute wir müssen halt mal irgendwie jetzt weiter wir können uns jetzt hier nicht aufhalten dann ist es gleich Nacht und wir haben wieder nichts gemacht ja na dann los ich gehe weiter nach Westen da ist ja jetzt schon wieder eine Wand schon wieder ein Biom Dorf ich hoffe du hast Biom so plenty jetzt in der Hinsicht nicht aktiviert dass wir ja nicht nur Pilzwelten haben ich habe gar nichts gemacht ja das weiß ich das weiß ich so wie immer der hier links ist doch ein Wiesenbiom ganz normal Leute hier was denn? ja Höhle ja und was? wir haben nichts zum ja stimmt toll wir brauchen unbedingt Holz wir gehen nach Norden ja mei da sind doch Bäume naja Höhle Pilzwelten ist noch schlimmer als Wüste aber wir müssen wenn es so riesig ist du hast doch bestimmt den Server wieder verkackt Alter ich habe am Server nichts geändert ja sag ich ja so ein bisschen am Nord-Ost da sind Leute die sind rot umrandet ich weiß nicht ob das so gesund ist Feinde sind das Feinde der westlichen Kultur so warte mal da ist zumindest mal ein Eukalyptusbaum was? sollen wir den auseinander nehmen machen wir jetzt ein bisschen Holz was für ein Eukalyptusbaum von was redest du? ne da ist wieder alles rosa ja guck mal hier da ist wieder so ein tatsächlich guck mal hier links von uns was ist das denn hier? das ist wieder so Obsidian Totem ja können wir glaube ich erstmal nicht zerhacken ne definitiv nicht da brauchen wir doch so eine ne linksbums ja äh zwiebel hast du den Timer im äh im blick ja freilich ja gut ja gut ok wir haben auch schon mal ein paar Seedlings sehr schön ich baue mal gerade ein bisschen was ja so getting wood krieg auch jeden morgen warum habt ihr den Eukalyptusbaum nicht mitgenommen? das riecht das riecht so so das Holz ist pink so und es ist äh nicht nicht hetero genug für Brilli ach so verstehe ja nur echte Männer können rosa tragen genau deswegen kann er das nicht aber ich hatte immer rosa ähm rosa Schlüpfer im Kindergarten ne ja weil du die Klamotten von deiner Cousine tragen musst das stimmt so eine weise leider mit deinem nicht nicht dein Ernst oder was? ich habe anders Sachen getragen das stimmt so ich mach euch mal Steinwerkzeug ja ich hole hier mal ein bisschen Stein ach machst du schon? ja ok cool das jetzt nicht mal mhm das denn hier boah kriegt man schnell Hunger ey ja aber zum Glück sind die Äpfel ganz ganz gut aber es ist irgendwie ziemlich kleines Holz das Biom hier was wir jetzt hier gefunden haben ich weiß halt echt nicht wie man Jungs und Plenty ausstellt sag mal wie es ist oh hier ist gleich mal eine riesen Höhle ey total krass viel Kohle und die ist ja gar nicht schlecht boah diese bekackten Dreck Samen ey das ist ja wohl der letzte Scheiß was denn nun? ach ich habe alles voll mit so komischen Samen die wahrscheinlich vollkommen sinnlos sind ja ich er hat Samen gesagt Curry Leaves ich brauche keine Sau nehmen so ich mach mal hier für jeden eine Hacke einmal zweimal dreimal und einmal für mich alter ist das laut hier ihr müsst die auch nehmen wo bist du? ach da muchas gracias amigo ah no problemo jetzt hast du die aus Holz gemacht ja? ne das war eine aus Holz die hab ich weggeworfen warte hier ist noch eine hier ist noch eine cool will jemand ein Steinschwert eins kann ich ne ich kann noch eins bauen hier irgendjemand hat mir jetzt noch ne Dings genommen und hier ist auch noch eins alter so irgendjemand hat sich jetzt die Taschen mit 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 Pickaxe und Schwertern vollgesteckt aber ich hab nur eine eine Pickaxe naja warte mal ich hab einiges aufgesammelt leg hier eine Pickaxe in noch und eine Schwert cool wir gehen nach Norden ja da scheint das Biom zumindest nicht pilzig zu werden okay ähm hier hast du noch äh was wo meine da können wir uns wegen ein paar Fackeln bauen sollen wir hier übernachten sollen wir hier übernachten ja glaub ich am sinnvollsten oder ja hier unten in der Höhle oder wat ja ich weiß nicht wenn ich wüsste wo die Höhle wo ihr seid wir sind runtergegangen Kopper sag mal Kopper hier huch hier Fogl hier können wir eigentlich bleiben hier ist schön ja ja wunderschön aber hier können wir wenigstens übernachten oder? naja mein ich ja mein ich ja ich hab mich gerade eben gehört doppelt Echo was in das Loch wo was Brilli gegraben hat oder was bei dir rein ja in Brillis Loch also du hast doch eine Mini-Map der macht jetzt schon wieder so wie in dem alten Teil ja da zeigt der mir ja nicht die Höhe an wo bin ich denn da du bist seid in die Richtung hä? du musst auch ranzoomen wahrscheinlich kann man auch bestimmt irgendwie oder Zwiebel? äh glaub da musst du mal auf J drücken und dann kannst du mit dem Mausrad zoomen ja ah da vorne und links baut einer also ich baue hier gerade noch ein bisschen Kohle ab hat jemand Stein noch eingepackt abgebaut ich hab ganz viel Stein kannst du einen Ofen bauen weil ich hab nämlich ein paar Schnitzel vorhin eingesammelt kann ich machen äh die Dings haben wir nicht mitgenommen ne? was denn? ne ja dann äh muss mal jemand ein Crafting-Table bauen weil ich hab nur noch drei äh Wood ja warte ich baue einen wo bist du? ich äh sammle hier mal Zeug vor ja stell ihn einfach auf ich benutze ihn dann und dann bitte alles wieder schön mit Stone mit Stone verkleiden bitte nicht ey Frenchman-Designer soll sich doch ein bisschen abheben von unserem alten Format hast du ihn jetzt irgendwo geplaced? äh ne warte da warst du ein Schmarozer was willst du denn von mir? Alter hör auf mit deiner Hauerei du Drecksack dann place it dann leck mich am Arsch dann kann ich also nehmen die Mystical Flower Seeds die werde ich mal auf jeden Fall behalten interessiert das ist kein Schwein ich weiß aber so hier ein Ofen ja stell mal daneben so Kohle Rinn Schnitzel Rinn fertig fangen wir jetzt hier an mit Strip Mining oder was machen wir? ich glaube auf jeden Fall ein bisschen nach unten in der Hoffnung dass wir schon mal Eisen finden ein bisschen du bist gleich hier Bedrock bist du gleich also ich hab ich hab ich hab sechs Iron hier hast du sechs Iron? ja ich hör schon wieder irgendwelche komischen Sachen ja Spooky Spooky oh hier ist schon wieder Marble oh oh das Vieh ist bei mir meins ist Marble was ist das denn Zwiebel was da so weiß leuchtet? das ist eine Blaze oder so müsste eine Blaze sein die kann Aua machen oh Gott das ist einfach hier Stäbe und Coal ne? wo bist du denn? wo ist jetzt dies? Aluminium was macht ihr? Alter die komische Tante die kam da zu mir ich baue die Fackel dahin und auf einmal schießt die mich ab ja die ist tot? ne aber die sind ziemlich übel ich hab einfach aus Angst geschrieben und bin weggerannt die lebt noch Zertus Quarz boah ist das mies als würde der Basti irgendwann brauchen fürs ME-System ok ach das ist so ein Vieh hier ach das geht doch schnell kaputt tak gut alter mach nicht extra man ich will hier reingraben man ok du hast es tot gemacht ok alles klar wo gehst denn lang da? nach unten oder wie? die Pflanzen Junge ja meine ist die Light also es gibt es gibt hier Sachen die braucht ach da nun die Light kupfererz es gibt so Sachen die braucht hier keine Sau ich habe übrigens eine Ananas gefunden ok braucht keine Sau Pineapple Pan ach oh hier ist ein Faetabau der Zertus Quarz machst die kaputt Junge oh die ging aber schnell kaputt die tut mir in die Zeit oh was ist hier? Kopperohr. Oh, Kopperohr, noch mehr. Au, mein Ohr. Mein Kopperohr. Schön Iron Ohr hier liegen lassen. Nee, ist klar. Ich habe kein Kind im Ohr, sondern ein Kopper im Ohr. Hast du die Folgelänge im Blick? Ja, man. Sehr gut. Wie viel sind wir denn jetzt? Würde mich persönlich interessieren. Bei 18,29. Sehr gut. Wir haben auch ewig Zeit. Wir machen nämlich Leute 59 Minuten folgen, damit es euch nicht langweilig wird. Wo bin ich denn jetzt damals rein? Oh, hier ist ja wirklich Iron. Aluminium-Eisen, äh, Erz hier. Ich nehme mal Peridot mit. Neben dir läuft irgendein Monster. An Ohrs nehmen wir mal alles mit, oder? Da ist ein Enderman. Nicht angucken. Ja, aber wir können den töten, dann haben wir eine Enderperle vielleicht. Ich glaube nicht, dass wir das können. Wo, wo seid's denn ihr? Seid ihr oben oder unten? Ich mache gleich eine Stone-Rüstung, dann ist gut. Seid ihr oben, seid ihr unten? Da ist keine Stone-Rüstung. Unten, wir sind weiter nach unten. Nee, ein bisschen weiter oben als du. Na, was denn jetzt? Ja, da wo du die komische Witch gesehen hast, sind wir lang. Die Witch? Oh, ist das schon... Oh, das ist ein Skelett. Vorsicht. Das ist leider kein Diamant. Oh, der schießt mit Pfeil und Bogen. Ich habe hier gerade auch irgendwas... Oh, stirb doch. Du Bledyser. Oh, der Bledyser geht einfach daneben lang vorbei, ey. So ein richtiger Spacko. Na, ich wollte da nur Licht machen, damit du ihn siehst. Ach, da. Da war jemand, ähm... Mene? Ja. Ich mache schon, egal. Ähm, da hier gibt es schon Uran. Ja, ich mache mal das Wasser hier erstmal weg. Oh, hier. Look at this. Oh. Oh, bin ich clever, ey. Hey, hey, das war richtig gut. Mach doch mal das Wasser aus. Mach doch mal das Wasser weg. Das wäre cool. Danke. Danke. Oh, hier ist was für Brilibi. Was sind Diamanten? Ah, nee, doch nicht. Ich dachte, es wäre Marmor. Diamanten gibt es hier nicht. Mit diesen Stümpern zu spielen, ey. Wie habe ich es vermisst? Stümpern? Jetzt weiß ich wieder, was ich nicht vermisst habe. Wir müssen, wir müssen so Lava aus dem Nether pumpen. Boah, ich werde so Lava aus dem Nether pumpen. Ja, ich auch. Ich brauche diesen riesen Tank, ey. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Deine Mutter wird pumpen. Also, ich habe hier eine schöne Eisenerzader gefunden. Ey, Fledermaus, geh mir nicht auf den Sack. Äh, müssen wir eigentlich wieder auf diese Suche nach diesem kackten Scheißding gehen? Nach dem Satelliten wollte ich sagen. Ja, das ist Meteoriten-Scheiß. Meteoriten, ja. Ach, wie je weniger. In der Tat. Sonst kann ich kein ME-System bauen. Genau. Ich würde sagen, wir werden erstmal ein bisschen bauen. So, die Folge ist jetzt mit 21.14 überschritten. Ja. Sollen wir uns mal gerade mieten und dann beenden? Wir können ja auch noch bis 30 durchziehen für die erste Folge. Können wir auch. Leute, liebe Zuschauer, wollen wir, dass wir noch 10 Minuten durchziehen? Voten. Ja, und es sind 10.000 Comments hier unter dieser Livestream-Folge. Jetzt sofort voten oder einfach die Klappe halten. Pickt euch. Macht diese Scheiße aus. Wer spielt denn? Hört noch Minecraft heute zu teilen. Genau. Keiner. Keiner. Keiner tut es mehr auch spielen. Hier einwenden, ganz wichtig. Was denn? Ich kann mal ein bisschen was zusammenfassend zum Wochenende sagen. Easy win, Leute. Easy win. Dafür habe ich doch meinen Euro-Drug-Simulator um aktuelle Geschehnisse. Von was spricht der denn? Von RB Leipzig oder was? Ja. Wichsgesicht. Der glorreiche BVB hat natürlich den FC Bayern München in die Schranken gewiesen. Ja, sehr gut. Das meinst du doch, Basti, oder? Meinst du die alte, die du klar gemacht hast? Nee, das ist ja, das ist ja. Standard. Das ist ja Standard. Das wollen wir nicht so erwähnen. Der alte Fickschlitten. Ich nehme hier noch was Copper mit, Leute. Was ist ein Rock-Hive? Das Hive sind alles Bienenstöcke. Scheiß auf die Hive. Nee, nee, nee. Hab ich kaputt gemacht. Nee, die kannst du nur mit einem Scoop, also mit so einem Kescher-Apon. Das weiß der Mene wahrscheinlich nicht. Du hast ja oben immer in der Mitte stehen, worauf du guckst. Ja. Und da steht, wenn da ein Haken ist, grüner, kannst du es abbauen. Wenn nicht, dann explodiert es. Also dann kriegst du es nicht. Genau. Das heißt, nie was abbauen, wenn da kein Haken ist, kein grüner. Achso. Ember-Bearing-Stone kann ich jetzt zum Beispiel nicht abbauen. Ja, dann lass es. Genau, weil da brauchst du Harvest-Level, das heißt, da musst du die Pick-Aggs mindestens Level-Redstone haben. Ansonsten geht doch nicht. Aha. Geht nicht. Oh, hier geht es noch weiter. Auf was für einer Ebene sind wir denn überhaupt momentan? Das ist bei mir so klein, ich kann das nicht lesen. Kannst du das lesen? Bei mir ist das voll winzig. Bei mir ist das relativ groß. Oh, da unten sind aber böse, böse, böse große Monster. Wo sind denn die Koordinaten? Nicht blöd? Also ich kann hier einen Scheiß lesen, das ist viel zu klein. Alter, ist das nicht blöd? Ach, da sind die. Okay, wir sind noch. Alter, ist das eine Höhle hier. Leck, boh, funny. Boah, ist der laute Hilfe. Alter, der merkt richtig rum. Ich hau den weg, ey. Komm, wir raten den an. Ist das dieser, der hier so lila läuft durch? Ja. Ja, der macht ein bisschen, der nervös ist, seine Lautstärke. Übrigens, wir können Steinfackeln bauen, ne? Wisst ihr? Ja. Fick, ich kriege den Fixer. Wer meint dich, Brilli? Ja, ich weiß. Ist doch schon tot. Nee, der ist nicht tot, der hat sich weggefliegt. Entschuldigung, Entschuldigung. Boah, Alter, das geht ja gar nicht. Ist richtig laut, ne? Oh, mein Hostile Creature ist ein bisschen leiser hier. So, zack. Ja, direkt spawnt er so ein Penner. Alter! Ein Steinschwert macht aber doch ordentlich Damage. Oh, nee, hier unten geht es richtig ab. Jawohl. Das war jetzt Kohle. Meine Spitzhack hat zerlegt. Yellowhead braucht auch nochmal für diesen Generator, glaube ich. Ja, den darf ich ja nicht mehr bauen. Ach so, ja, wir machen das mit Lava, ja. Ja, ja. War ja auch wichtig. Also, es war auch cool damals mit dem großen Lava-Tank. Ich weiß nicht mehr, was das war für ein Projekt. Hat jemand zufällig ein Dings dabei? Ist das Gold? Nee, das ist Jelorite. Hat jemand noch ein Dings dabei? Nein, dann, ähm, wir könnten mal Eisen eintragen. Scheiße, wie heißt das? Ja, das wäre gut. Ofen dabei? Ja, aber hat jemand vier Holz für einen Crafting Table? Ja, ich habe jemand Holz, ja. Ich baue einen, ich baue eins. Ich werfe jetzt erst mal die ganzen Samen in die Lava, ey. Das geht mir ja voll auf den Pinkel. Brauchst du einen, oder wie? Ja. Potato Seeds brauchen wir auch nicht. Ich habe Potatoes, Industrial Hemp Seeds, weg damit. Das weg, Peanuts, Peanuts, Mystical irgendwas. Cotton Seeds, weiß. Eine Ananas gibt nur einen halben Punkt. Ich baue jetzt einen Ofen, ja. Das, Melon Seeds, Melon, Poppy Seeds. Jetzt habe ich endlich mal wieder Ruhe. Wir haben es verstanden. Belladonna Seeds brauchen wir auch nicht. Hier ein. Jetzt weiter, Poppy Seeds, Peanuts Seeds, DuBerry Seeds. Warum machen wir nicht mehr Öfen? Reicht doch einer. Ja, aber dann können wir schneller. Ja, Cotton behalte ich mal. Au, ich brenne. Die ist noch gut. Ich brenne. Was machst du? Hört das irgendwann auf? Ja, wenn du stirbst. Ich will nicht sterben. Jetzt zünd mich nicht mit an. Hau ab, du. Hier noch ins Wasser. Alter, was ist denn hier los? Willst du dich hier nicht häuslich einrichten oder was? Mach mal die Öfen an, Leute. Alter, was bist du denn für einer? Der will sich hier häuslich niederlassen mit 17 Öfen. WTF, Junge. So ein Stein. Schön das Eisen hier verkokeln, Leute. Ich habe überall schon Kohle reingewemst. Die Grillshow. Nein, kein Tin. Und die anderen nicht. Die machen wir da. Die können wir doch mit dem. Ja gut, das ist auch witzig. Können wir auch schon jetzt. Weil ich dachte erst, wir machen vielleicht lieber mit dem Messerader, dass wir da mehr rauskriegen. Aber ist ja wurscht. Die siehst du wurscht. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir hier vorwärtskommen. So. Klonk. Zerriesen. Nein, nicht Gronk. Gronki, Gronk. Gronk, de Gronk, de Gronk. Ich habe kein Holz mehr, ey. Ich brauche Holz. Hat irgendjemand Holz? Sticks? Können wir euch hier Waffen und so machen? Ich habe noch ein paar, ja. Warte. Wo bin ich? Meiner ist die Light. Wo bin ich? Hier bin ich schon neben dir. Ey, gib mir mal eine Spitzhacke wieder. Ja, hier. Ach, der feine Herr hat sich schon eine Iron. Alter, jetzt nimm sie halt dann auch. Oder gib. Mann. Basti, gib mir mal eine Spitzhacke wieder. Ach, du hast schon eine Iron in der Pickaxe. Ja, natürlich. Ja, der feine Herr hat sich wieder hier schon. Kriech die mal bitte wieder. Ja, hast du doch schon. Gib mir jetzt Mut. Alter. Alter, was ist los mit dir? Hier hast du. Nimm in die Scheiße. Fünf. Und? Was dagegen? Ja. Ja. Daraus was zaubern. Ah. Was zaubern möchte der gnädige Herr. Sollen wir jetzt mal wieder nach oben? Und dann? Ja, wir bleiben ja nicht. Au, 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 au. Was denn jetzt? Da ist noch Lava. Ach nee, das war dieser blöde. Irgendwann sind wir auch voll. Das war dieser blöde Orberry-Busch. Hier ist noch ein bisschen. Uran. Wir sollten einen Atomgenerator bauen. Alter. Ja. Alter, hier geht's voll tief runter. Ja, Loch mit Wasser. Alter Vater. Brilli? Diamanten. Brilli? Ja. Los, komm schnell her. Spring hier runter. Das schaffst du. Der wisst, ich mach das. Ja, los, nimm. Oh. Hör auf. Sorry. Das war ich, weil ich grad den Stein abgebaut hab. Hm. Ich weiß nicht, ob man im fließenden Wasser Damage nimmt. Wenn du was machst. Wenn du nach unten gehst. Wenn du springst. Äh, das ist eine gute Frage. Ach komm, ich hab auch nicht so viel Wertvolles. Ich versuch's einfach. Nein. Nein, hör auf. Das machen wir als Cliffhanger für die nächste Folge. Wir sind nämlich jetzt bei knapp 30 Minuten. Wir sollten uns einfach runterkramen. Aber letztendlich sollen wir doch, gehen wir doch lieber erstmal wieder nach oben, oder? Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber warte mal, geh mal, äh, Basti, geh mal bitte weg da. Dann lass uns in der Folge noch gerade nach oben gehen. Es sollte jetzt auch gerade Tag sein, wenn wir uns müssen beeilen. Na, warte mal. Wollen wir das Eisen hier nicht noch mitnehmen? Ja, und die ganzen Öfen so. Ach, die Öfen, das sind doch nur Steine. Aber das, was drin ist. Ja. Hier ist noch Eisen, eine ganze Menge. Mädels, hier ist Eisen. Ich weiß, ich hab auch einiges an Eisen eingebrannt. Copper-Ingets hab ich auch einige. Nimmst du doch die Kohle raus, oder? So, alles raus. Wo sind wir denn jetzt hergekommen? Hier. Wartet mal bitte auf mich. Ja, hallo, ich bin hier fürs Team unterwegs und sammel Eisen. Wir sind alle im Team unterwegs. Welches Team? Das Team Brilli, verstehst du? So. Nein. Das ist das Team Mähne. Das kannst du doch gar nicht abformieren, der ist. Das ist doch einfach kaputt. Nein, das geht kaputt. Los, jetzt raus. Das macht ja hier Uran kaputt, ey. Das ist wie wenn du Uran brauchen würdest, du alter Lava-Schöpfer. Lava ist die einzige Energie. Ja, ja. Hier, Mystical Tower. Die einzige Energie. Da, entladen. Ups, sorry. Ich hab nie an einem Weg. Ich muss erst mal hier den Weg wieder rausfinden, ey. Das war ja schon wieder knapp vor. Wo sind wir? Wo gibt's die Lagen? Höhlen-Tour 2016. Jetzt ging's wirklich hier irgendwo. Warte mal, hier. I got it. Ich bin draußen. Schön. Wir nicht. Ach, die Sonne scheint. Da hinten sind größere Bäume, da gehen wir hin. Sollen wir uns verlaufen hier zu dritt, wa? Warte mal. Scheiß. Soll ich euch jetzt holen, oder was? Nein. Ja, das ist es. WS hat's gefunden. Alter. Da ist direkt das Schwein. Vor allem ich hitte, aber alles außer das Schwein. Ja, vor allem voll das Gras am Fliegen. Oh, da hinten sind wieder Ritter. Wollen wir dich zu viert angreifen? Nee, ich glaube, das ist jetzt mal die Folge, Van. Ja. Außerdem, die hauen richtig rein. Die machen richtig Schaden. Leute, wir wissen nicht genau, wann die Folge hier kommt und was jetzt von euch dann aktuell ist und was nicht. Aber wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Es wird auf jeden Fall ein nächstes Mal geben. Genau. Tschüss. In eventuell wechselnder Belegschaft. Deswegen. Wir bedanken uns bei Mene für dumme Sprüche und kluge Einfälle. Wir bedanken uns bei Zwiebelpeter. Wo ist er? Hier, hinter dir. Für absolute Schönheit am Rechner. Wir bedanken uns bei WS Royal für die musikalische Untermalung dieses Projektes. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.